Ich habe noch elf. Genau, okay, gut. Dann würde ich sagen, Wünsche machen wollten wir genau. Ist nicht mehr AFK, okay, das ist gut. Server, ne, Feindp, Feindp, Rooks, dann wollen wir da nochmal hingehen. Rooks, Server, 16 einmal, CPO, Rooks, okay, der ist jetzt da. Hallo, bist du da? Okay, hallo, was geht ab, Rooks? MSG, Rooks, Zahl von 1, 1, Rooks, 1 bis 4, da auch ich. Äh, äh, 4. In der Zahl von 1 bis 4, da bekommst du dann einmal dein... Wir nehmen die fette 4, schauen wir, was rauskommt. Okay. Ich bin mega gespannt. Äh, in der Skyblock-Kiste sind sehr viele Booster. In der Skyblock-Kiste, es gibt eine eigene Skyblock-Kiste. Oha, oha, oha. Okay, äh, die 4. So, seid ihr alle bereit? Seid ihr bereit? Ich bin sehr aufgeregt. Wo ist Ripex? Also auch sein Plott hier, oder? Da. Wo ist er? Ich place. Ich hoffe, es ist was Gutes. Ich hoffe... Oha, er ist da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nämlich quasi umsonst. Oh mein Gott. Was ist, wenn er... Oh nein. Was ist, wenn er jetzt 150 Blöcke im Jail bekommt? Aua. Das wäre eine ganze... Ich habe MewP gewonnen. Wenn er jetzt 150... Ich kann ihn da nicht rauskennen. Wie geil, das ist der letzte Park, der mir fehlt. Ich kann ihn ausholen, wenn das... Okay, was... Er hat nicht... Er hat zumindest keinen Jail bekommen. Okay, das ist gut. Was hat er denn bekommen? Was hat er bekommen? Bitte für MSG schreiben. MSG. Rogue. Ähm... Rogues. Was war... Wie geil. Ich habe einfach MewP bekommen. Die Frage ist noch, welches. Ob es nützlich ist es oder nicht, ist die Frage. MewP. Ja, ja, okay. Ist jetzt nicht wirklich nützlich, aber zumindest nicht... Also, hättest du jetzt die 150 Block gekassiert, ich hätte dich nicht mal mit Team Jail rausholen können. Ich weiß nur nicht, ob du gerade zuhörst oder nicht, aber... Bist du jetzt Owner? Hä? Nee. Ziemlich MSG. Ridepacks. Das war der letzte, der noch fehlte. Danke. Geil, 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 geil. Sorry, dass ich nicht so viel mit euch rede. Das ist kompliziert gerade. So funktioniert das nicht. Machen wir definitiv nicht so. Okay. Dann können wir hier mal 120er Merch ausholen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh mein Gott. Als Handyspieler einen 120er Merch ausholen. Freunde. Alles lauter. Das war das Video. Ganz kurz, ganz knapp. Supergeil. Super, super geil. Schaut es euch an. Slashperk. Können wir gerne machen. MewP. Ich habe jetzt einfach alle Perks. Ich habe alle Perks. Achso, ich muss mal. Ich muss mal kurz Ridepacks abstellen. Ich habe jetzt einfach alle Perks. Ich habe Ridepacks kommt. Shake-Me-Lucky-Block. Und ich ziehe MewP den einzigen Perk, der mir fehlte. Der kostet eine Million, Leute. Das war wie ein Hauptpreis für mich. Er sagt so, ja, es gibt schon geileres. Nein, es war perfekt. Das war einfach perfekt. Geile Meile. Ich zeige es euch morgen im Video. Ihr könnt euch darauf freuen. Supergeil. Bis dann. Ciao.